Du musst es dir gar nicht play, wenn man das mitnimmt. Ich werde irgendwie nutzeln. Verteidigungsboot zahlt er etwa. Dann muss ich es noch upgraden, muss ich nicht... Ja, dann werde ich... ...Hüftenunterstand. ...das WC gehen, dann kann Herr Taperider meine Leiter unterhalten. Ja, ja, ja. Also, bitte, unterholt die Leute. Du machst noch ein Asterl, ne? So. Schau mal, nein. So weit haben wir das jetzt, glaube ich, ausgerüstet. Das ist besser. Wir haben einfach ausgerüstet. Winten, dann erleichtert es so. Done. Okay. Okay. Upgraden. Okay. Schiffle-Punkte. Boah. Ja. Wenn wir upgraden, 10.000. Ja, leck das nicht. Oh. Äh. Kann man auch viel bahn. Oh, ist das 7.000... Ja. Jetzt kann er raus. Da haben wir nur mit 20 Dings-Sets. Näh. Wie. Das ist sehr blödsinnig. Ich brauche Geld. Engelnd Geld. Boah. So. Okay. Und dann. Das ist also nicht. Ich habe kein Geld, oder? Ich bin wie in meinem Revier. Ich habe kein Geld, Alter. Ich kann Sachen upgraden, oder? Ey, so ein Reiftall. Der 11.000, 12.000 brauche ich die, oder? Wahnsinn, Alter. Was führst du denn da? Ja, verbessern bin ich gerade drinnen, aber das verbessern kannst du nicht schmieren. So. Wir spannen aus. Ja. Ich mache das so jetzt. Ich suche die stärksten Verteidigungsklumpetwecher aus jetzt. Ich glaube im geschicktesten. Er hat 40, das nehmen wir. Ja, anscheinend ist da einer immer so eine Verteidigungsbeste, glaube ich. Ja. Kann ich ausziehen. Super. Wieder Verteidigung das Ding. Komm. Juhu. So. So. Dann. Du hast geschmelt silter. Ja. Option. Kann man die Talismane auch noch verstärken, oder was? Ja, da kannst du nachher ein Ding zwischen upgraden. Und verbessern? Meiner geht... Ausrüstung verbessern? Talisman der fünften geht nicht. Achso, das kannst du nachher erst machen, kleine. Achso. Bist du schon wieder weiter als... Jäger... Ja, ja, biesetteln halt, ne? Das ist voll geil, der Ding, oder? Das ist mein... 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 So, dieses Totenkasten halt könnte ich in den Augen legen. Schaut super aus. Das hat mich jetzt ein Unicorn. So ein... So ein Totenkopf, so ein... Schaut aus wie so ein Sensen, ne? Wie läuft die Jagd? Alter, das schaut geil aus. Alter, sie fragt mich, wie läuft die Jagd und die Scheiße. Aber ich verstehe nicht. Optional war das, ne? Raterlos, Raterlos. Schnitterkutte heißt das. Der Rater. Hä? Ich weiß nicht, wie ich das gekriegt hab. Ich glaub durch die Safari von die... ...Barlikos. Ja, aber Raterlos. Das ist eine Stufe 5 Mission ist das bei mir. ...Requests. Deswegen ist das so schwer. Ja, Raterlos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, leicht ist es auch nicht. Aber ich glaub wenn's man... Wenn man zu zweit morgen könnte es sein, dass es leichter ist. Hm. Vielleicht. Weil wir immer wieder unsere Vital-Wespen und das kriegen. Ne. Ach so, siehst du, ich muss dir noch was herstellen. Ah, siehst du. Ah. Tränke. Herstellung, Liste. Schnell, schnell. Ach so, wenn ich so will. Herstellung, Megatrank. So, so, so. Und dann... ...Megatrank. So, so, so. Und... Ich werd einen Gutschein einsetzen. Ja, ich hab auch. Super. Ich hab ja alles voll mit Gutschein. Und dann... Ne. Mega. Nährstoffe. Ne. Ja. Das hab ich alles gar nicht. Da die Mega-Mega-Nährstoffe. Da wird ja dein Lebensbalken größer. Wisst's schon. Ja, aber wenn du die Ausdauer-Dinger einfach frisst, äh... diese Insekten, die du unterwegs findest, dann hilft das auch viel. Ich mein, es kommt halt immer drauf an, weil das... Ich weiss, wie lange das das halt hat, ne? Ja, das halt das ganze Zeit, ne? Bis du stirbst. Da oben... Bitterkäfer und Blaupilz. Die bauen Bitterkäfer. Warte mal, hab ich blau? Normal hab ich schon, glaub ich, in der Kiste. Bitterkäfer. Jetzt muss ich nur schauen, wie der ausschaut. Ist das nicht der, der Violette? Der Blau. Blau. Bitterkäfer. Ne, den hab ich schon. Bitterkäfer. Äh, bei den Garten hab ich die auch dort. Hab damals eine Füllung. Bei dem Botaniker. Ah, da oben sind sie, da ist ein. Bitterkäfer. Fünf und vierzig, komm ich. Bin jetzt hier eine mit. Die kannst du dir direkt in der Kiste herstellen, ne? Ja, ja, ja. Äh, Nährstoffe, ich seh schon. Unterhalb sind noch die Mega Nährstoffe. Ja, ja. Da hab ich jetzt. Die erste Stoffe, bloß Honig. Das geht zwar. Honig hab ich genug. Ne? Servus. Ich geh mit dem Karten. Ah, okay. Ich sag ja auch nix. Ich sag ja nix. Unfall wie aus dem Bobo-Kloch. Den Krang, da hat's gerade. So, warte mal. Verdammt. Wo ist denn da mein? Hä? Wie ist denn jetzt meine Unterkunft? Weil da oben jetzt da... Ne? Das check ich nicht ganz. Das ist ja blöd. Ich kann jetzt den Ort nicht verlassen, weil ich Quest aktiv hab. Ein bisschen komisch, ne? Ich komm nicht in meinen Rahmen, meine ich, ne? Das ist ganz klar. Warte, ich muss das aufregen. Ein. 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 Ohne Hauckel. Find'ne Hauckel. können uns die compliance lösen nachwider? Ach Gott! Vertrauge mich dann wieder. So. Flitzfliegenkäfig Das ist praktisch Ok, jetzt soll ich das machen Rausi da, schnell, schnell, schnell Haben wir wieder rumgedräudelt Es ist gut, dich zu sehen Bestoption Stufe 5 Berater los Auch da glaube ich war das Gutschein aktivieren Da Daten werden gespeichert Ok Gehen wir es an Gehen wir es bei, retten Retten, retten Sie bei Und bei Das ist schon Aber was von da vorne Du hast die Quest Verlassen 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 Nein, echt? Achso Ja, scheiße Du hast die Quest verlassen Ja, du bist zurückgezogen Statt bei mir Ja Und jetzt die Quest zurück Ich habe gar nichts dran Ja Da Muss ich wieder zurück, ne Ich wollte da Das war ein Wilder-Kampf jetzt Das ist ja ganz toll Du kannst nicht bei der alten Verlassen Glaubt nicht Oder bist du in der Lobby Oder Bist du bei mir in der Lobby Bist du bei mir in der Lobby? Da habe ich gerade einen Kutschein gehostet, ne Ist er weg? Ja, super Na dann setze ich jetzt einmal einen ein Auf der Flugbahn Passive Check es nicht, ne So So Wie ist er wohl jetzt gehabt? Ne Jetzt ist er da Warten ein bisschen Warte ein bisschen Ah ja Jetzt ist er so schnell gegangen Ich bin bereit Ja Ich bin bereit Ja 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 Tschüss Geht Geld Nein Ich gebe Punkte bezahlen Ach Gott Ich bin bereit Ja Ich bin bereit Ich bin bereit Das ist ein Schlauer Wenn ich schaue zu dir Ich habe jetzt die Sachen hergestellt Natürlich in der Objektrolle Jetzt sind sie in der Objektrolle drin Ich hab's nicht mitgenommen. Bist du super. Aber du kannst in den Zelt rein gehen, ne? Ja, genau. Soll ich's mal einhornen jetzt? Da baue ich nix mehr. Gehen Gift mit Eier, schau. Hast du mitgeschaut? Ist da der richtig schwule? Was? Alter, am Masken, Alter. Antworten ab. Sauberhaft, Alter. Machen wir ein Notsignal einmal, ne? Machen wir mal. Ähm. Servo-Hall-Di. Mega... Geht nicht jetzt da überhaupt? Kommunikation. Fünf Stück. Keine mitnehmen. Gute Arbeit. Begrüßen. Zeigen. Zeigen? Zeigen. Daraus sind sie. Rainy, hon. Riech mal. Du, hör auf. Geh weiter. Schauen wir mal, was passiert jetzt. Ja. Nichts Gutes. So. Jetzt müssen wir den einmal wieder finden. Am besten wieder die Käfer. Gehen wir da schnuppern ein bisschen. Ananas-Fußspuren, ne? Hm. Mein Gott, die war ja so... Ja. Lästig. Jetzt ist sie voll Bimpilei, ne? Jetzt ist es... Nix mehr. Nein, den brauchen wir nicht markieren. Ah, jetzt hab ich falsch markiert. Alles. Jetzt denkst du, am Anfang war das so wild und so stark, oder? Da hast du echt gedacht, das schaffst du nie und noch. Da hast du sehr gequatscht. So, jetzt müsste der eh schon aufm... Äh, jetzt ist eh schon da. Okay. Kannst du schon markieren auf der Karte. Ich bin voll schon markiert. Ich hab die Ananas. Ja. Ja. So. Nach oben! Ja, mitnehmen. So. Was ist das da? Oh weh. Ist das scheiße? Weiß nicht. Hm? Nöger Scheiß-Dreck. Die mitnehmen. Scheiß-Bazer, den will ich auch. Jaaa. Hast du gehört bei Dings, äh, Gamescom? Vom Fortnite stand? Achso, da hat einer hingekackt. In die Sackle. Ja, in die Sackle. Aber ich hab auch wieder gelesen, das soll nicht stimmen. Ja. Ah, ich weiß nicht. Was ist jetzt da? Schau, da ist ein Zombie hier. Da spült Papa auf Exile. Exile? Der hat das können, weißt du? Das ist das... Ah, okay, ja, ja. Survival-Ding. Ja, das wird der gerne einmal spülen. Nö. Das werde ich auch noch irgendwann mir holen. Ich glaub, da oben ist er schon da. Ich glaub, da oben ist er schon da. Aber er hat ja gesagt, D.C. kriegt der Dings ein Update wieder? Ja, aber D.C. ist ja, ich weiß. Ich mein, ja, ich hab's jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Ich hab's ja, aber... Achso. Ich weiß nicht. Ja, ich hab's. Ich hab's mir geschenkt. Okay. Der Martin hat's mir einmal gekauft. Okay. Ich hab's mir geschenkt. Eben, der Schenk hat's mir geschenkt. Ich hab's mir geschenkt. Haben wir zusammen gespielt. Ja. Zwei, drei Runden. Aber das war's. Was tut denn? Wir sind wieder zu. Ja. Einer hängt da in die Seile. Äh, es fliegt wieder da hier zu mir. Ne? Warte einmal. Ah, da rauf ich. Nein, also... So ist ganz witzig, aber... Ja. Ich mein, man hat schon so viel gesehen vom Spiel, weißt du? Das ist halt das. Ne. Den Hauptkern, den kennst und... Ja. Weißt du nicht. Da bist du ja. Weil nachdem sie schon... Weiß ich nicht, gefühlte zehn Jahre dran entwickeln. Ne. Ich mein, es ist ja nicht einmal so abweg, die entwickeln, da nehme ich schon wieder einige Jahre, ne? Oh weh. Ist ja der Langosch will beitreten. Hehehe. Hehehe. Warten wir auf deinen Kammischen, oder? Ja. Schickte wär schon, ne? Wir können ja mal... Wir können ja mal anfangen, weil da... Die fighten nicht, glaube ich, oder die zwei da oben anscheinend. Ja. Die kuscheln, glaube ich, eh, ne? Ich glaube, die sind zusammen, oder so. Und die haben sich dann das nächste, ne? Ja. Ich will mir den Stahl anschmeissen. Uh. Oh weh. Ich krieg schon die Dätschen geschwischt. Ja, super. Er schreit schon wieder. Ja, ich hab ihn draußen. Sehr gut. Ich hab ihn draußen. Geh weg. Hoppala. Ja, weh, da. Hoppala, um die Branche. Was ist denn da? Was ist denn da, weh, da? Was ist denn da? Was ist denn da? Ich kann jetzt rauschenken. Ja. Ich will es doch gerne rauschenken. Ja. Die Situation ist noch. Ja. Die Situation ist noch. Ich hole genau rein. Ja, ja. Der kommt nicht zum Trinken. Weil er damisch ist, ne? Und er fährt schon wieder drüber und ich brenne und alles gleichzeitig. Wie ein Magneten an hätte. So. Bringt da einen Scheiss-Trank da rum. Aggressiv. Das ist er. Können wir. Indemensieren. Oh weh. Ich sehe hier nichts. Das ärgert mich immer so, bei der. Man sieht es nicht. Oh weh, und ich fliege nicht. Der Spock her, der Feier ist eh klar. Ich sehe ihn schon wieder dringend um die Ecken herum. Ja, er ist schon wieder darmisch und brennt. Wie kann das sein? Geh los mit dem was trinken, bitte. Wo nimmst du denn hin jetzt? Und jetzt hat er ein Gift aufgehalten damit. Ich krieg ja alles ab. Wo kann ich treten wie. Gott, er hat da mal weh da. Er hat mich schon wieder vergiftet. Geh los mit dem. Sind das die Pflanzen oder die Gegenvergift kaputt? Ja, ich weiß auch nicht. Warte dich? Ja, wenn er nicht herkommt. Ja, ein anderer irgendwann einmal daher, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Ich mein... Schmeiß mal raus, weil der Miggi schon dringst nicht. Könnte uns heilen, ein bisschen drücken. Ja, eben. Wenn er nicht daherkommt, oder? Ja, jetzt fahrt einmal bis er abhaut, wenn er das Ding. Ja. Das hilft dir nix, jetzt fass ich nicht früh herumtun. Ich bin im Schleifen. Nein. Schleifen. 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 Das ist nicht klar. Immer mehr. Komm halt auf. Er ist dummisch. Ich weiß nicht, was er tut. Ja, der ist Lange-Gast. Jetzt hat er mich nochmal. Er fliegt mit mir runter, schmeißt ihn. Das ist ja so geil. Der Lange-Gast ist gekommen, der hat einen Knöpel, Alter. Ja. Kann man auspacken. Du musst da trinken. Huuh. Bitte, ich habe gerade getrunken. Lass mich mal ein bisschen verschnafen. Ich komme nicht zum Schlagen. Ich habe immer das Leben. Ja, er flüchtet. Er hat einmal gekriegt. Hat er irgendwas fahren lassen? Er kommt schon wieder. Er kommt schon wieder. Ich habe ihn wieder anvisiert. Der Guardien. Ach, er hat einen Matata. Was ist denn da? Ich muss erst einmal anbrechen, Alter. Ja, das stimmt. Er hat mich schon markiert irgendwo. Ich sehe ihn nicht, aber er hat ihn. Ich bin ein Aggro. Aber er ist schon angeschlagen. Er ist rot markiert, oder? Ja, ich habe ihn ja schein gegeben. Ich bin ja ein Monster Hunter. Ja, ja, ja. Ein Milfhunter. Ja, das habe ich gesagt. Nur. Milfhunter, aber halt nicht. Hey, Milfhunter. Seid ihr wieder zurück? Ja, ja, da unten ist. Jetzt kommt ihr wieder zurück, Gabi. Was ist denn da? Muss ich nachhutschen? Gibt es da irgendwo ein Trauschen? Ich bin im Blumenbett. Aperla. Ja, jetzt hat er mich vergiftet. Ich komm, er lasst mir nicht keine Ruhe. Er haut mich immer alles auf. Er haut dich, ja? Ja. Aber sowas. Ja, jetzt hat er mir Feuer gegeben werden. Das ist unglaublich. Er gibt mir alles immer, gleichzeitig. Jetzt fliegt er mit mir in der Runde, pass auf. Er hat mir wieder Gift gegeben. Ich komme. Hallo, Langosch. Hoppala. Ich geh hol dir ein Auto. Wer holt denn mich rein? Der andere. Ich muss weg, Alter. Er lasst mich nicht. Ich komm auch wieder, hörst du. Schau, wie die sind. Wie er mir verfolgt. Das ist unglaublich. Ich komm nicht zum Stich. Das ist aggressiv, glaube ich. Ich muss immer gegen giften, immer nur. Bitte. Ja, jetzt wird's ganz heftig da. Das Kudelmudl. Ich hab die Dings in Sekten nicht, das ist doch das Fisch. Das ist so. Das ist so. Ja, er hat mich schon wieder vergiftet. Er hat mich echt gerne. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ja. Und er hat mir wieder schön Gift gegeben. Er läuft doch weg und sauf dir ein Gesilfer. Ich mach das ja schon. Ja. Ich, ich lauf nur die ganze Zeit weg und sauf nur. Da kommt es mir vor. Er kommt schon wieder auf mir. Er ist weg. Der hat irgendwas gesagt, der Langosch. Nie mag es, sie zartze. Ja, ja. Ich auch mokkrieg. Und GG. Wer hilft's denn? Die debberten Insekten da, Alter. Das ist ein Game. Hat er jetzt auch am Stuhl? Ich glaube, ich hab ein Game. Ja, das ist ja ganz gut. Aber mich mit. Aber mich mit. Ich bin hier jetzt am Stich. Ich mountet den Monster, was? Ja, der eine sitzt da oben. Ja, wie macht er das? Ich sitze da oben, ich sitze da oben. Wir sehen. Dabei ist er alles angesprochen von der ganze Zeit. Ja, jetzt packst du nichts auf. Ja. Mach ein, oder? Ich bin sehr, sehr. Ich bin auf. Dreht dich richtig um mich und beim Stichen ein. Ich schäle. Nein. Tut er nicht. So. Also, ist noch einer der zukommt und der Guardian. Auf Galaxy. Jetzt hau rein. Jetzt. Jetzt hau rein. Jetzt. Jetzt hau rein. Jetzt hau rein. Jetzt scheiß das ja. Und er brennt schon wieder. Was war denn da jetzt? Ich muss weg. Ich muss wälzen. Das ist ein Hitz. Jetzt kommt der zweite wieder. Der kommt jetzt mit besuchen wahrscheinlich. Ich will nur was trinken. Nein. Ich häng da zwischen die Viechen, Alter. Ich seh nicht einmal was. Wo bist du im Arsch? Oder? Scheiße. Nein. Ich hab's dir schon, Alter. Ja, ich häng da zwischen drinnen. Das ist ein Freund geholt da noch. Ich scheiße dich an. Ich weiß ja nicht. Ich seh ja nichts mehr. Ich hoffe nur, dass es kein Feuer ist oder irgendwas. Und ich flieg schon wieder. Ich nehm einmal so ein Schwanzer aus. Weg, weg, weg. Das ist ja zu heftig da, die Ätschen. Der andere schmeißt feier. Ha, ha. Bist du umgefallen, ha? Bist du umgefallen? Sau du. Einen drin Schwanzer. Einen da. Der muss sitzen. Jawohl. Ach, der Höhle Vorsche, Alter. Was ist jetzt mit dir, du? Geht er vielleicht? Ich will ja gar keiner. Ja, ich will ja nicht. Geh weg. Ich fliege doch jetzt von dir. Der ist ganz deppert. Die Schwanzen habe ich eh ausgenommen. Ich nicht. Ich schlau. Gibt's einen. Ich muss jetzt... Naja. Vielleicht gewarscht. Lass mich das. Ah, sie ist ausgegangen. Tschüss. Das ist ja wahnsinnig. Der kann mich hören. Aber es läuft. Das war ein Fleischgeumse da bei mir, Alter. Die haben sie ja gebarrt. Der weiblich. Nö. Die waren so rot und bumsen. Hallo! Oh, der ist ja. Oh, der ist ja. Ha, 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 ha. Oh, wei. Die braucht Sex. Kann ich uns herstellen? Ah, welche Tasten. Schön daneben. Eine Tränke herstellen? Ja, ich hab so ein Flügel erwischt. Das ist ja Wahnsinn. Hiftrauchbomber. Oh, gleich einmal. Teleporter. Was ist denn da los? Hallo! So. Ja. Da haben wir irgendwas tun ja noch bei ihm jetzt. Was heizt's nicht? Schau da, dein Alten. Dein Wirbel da durch die Luft. Hä? Was heizt's nicht hier bitte? Meine Käfer zeigen nix an. Ober mir, unter mir, links, rechts, gut nix. Aber was ist das? Ich bin da voll verloren jetzt wieder. Ich muss wieder durchhauen vielleicht. Ja. Das schwere ich nicht schon wieder meine. Hm, Honig. Das ist gut. Gehen wir! End die Presse. Der andere fliegt da bei mir noch vorbei. Der kommt schon wieder, der geht mir auf die Nerven, oder? Nein. Was heizt's denn hier bitte? Da in irgendeiner Schlucht, oder? Ja. Bei mir mag er gar nicht richtig markieren. Die Käfer zeigen, wenn ich's sagen möchte. Ich komm nicht weg, ich muss sprechen. Die unter mir. Kann es ja nicht sein. Wie findet ihr jetzt? Nicht da. Da, seht's? Okay. Ja.